Der Bundesverband Musikindustrie hat seinen Jahresbericht für 2019 veröffentlicht. Was dieser beinhaltet, wieso solche Zahlen für Musiker so unglaublich wichtig sind und was du für deine Karriere daraus lernen kannst, das erfährst du in diesem Video. Am 27.02.2020 hat der Bundesverband Musikindustrie, kurz BVMI, seinen Jahresbericht zum vergangenen Jahr 2019 veröffentlicht. Dieser zeigt wie jedes Jahr auf, wie sich die Musikindustrie entwickelt hat und wo sie sich aktuell befindet. Das ist natürlich für jeden Musiker essentiell, wenn man daraus ableiten kann, in welche Bereiche man besonders investieren sollte und was man vielleicht eher lässt. Was sind also die wichtigsten Kennzahlen aus dem Bericht? Musikverkäufe und Streaming haben im Jahr 2019 zu einem Gesamtumsatz von 1,62 Milliarden Euro geführt. Das sind 8,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Das ist nach den leichten Rückläufen in 2017 und 2018 natürlich sehr erfreulich, denn es zeigt endlich, dass sich die deutsche Musikindustrie in die positiven globalen Entwicklungen eingereiht hat. Das Entscheidendste in meinen Augen für Musiker ist allerdings, dass Streaming sich weiterhin stark entwickelt. Es ist um 27 Prozent angestiegen im Vergleich zum Vorjahr und macht jetzt 55,1 Prozent des Gesamtumsatzes aus. 107,4 Milliarden Mal wurde ein Song in Deutschland gestreamt. Das ist riesig und macht wirklich viel für Musiker aus. Ich hatte ja bereits angesprochen, dass Streaming die Musikindustrie gerettet hat, aber hier sieht man nochmal, wie wichtig es eigentlich heutzutage ist. Darüber hinaus sinkt die CD um 10,6 Prozent auf nur noch 29 Prozent Marktanteil. Man sieht also ganz klar, wohin sich unsere Industrie entwickelt. Streaming ist und bleibt das Wichtigste für Musiker und wird garantiert auch noch weiter ansteigen. Wie Nü-Liebhaber wird es darüber hinaus freuen, dass Platten um 13,3 Prozent zugelegt haben. Dadurch machen sie mittlerweile fast 5 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Und ein kleiner Funfact, Musikkassetten haben um 51,1 Prozent zugelegt. Sie machen zwar insgesamt noch fast keinen Anteil am Umsatz aus, aber trotzdem, diese Steigerung ist natürlich sehr wichtig. Vielleicht kommt da wieder was Neues auf uns zu und für manche Genres sind Kassetten natürlich auch sehr interessant. Ein weiterer Meilenstein ist, dass Hip-Hop im letzten Jahr Rock vom zweiten Platz der beliebtesten Genres verdrängt hat. Zwar nur um 0,1 Prozent, aber trotzdem. Auf Platz 1 bleibt aber mit 25,8 Prozent weiterhin Pop. Platz 4 und 5 sind Kinderprodukte und Dance. Das ist jetzt nur eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen für Musiker, aber es zeigt definitiv, in was für einem dynamischen Markt wir uns befinden. Wie schon angesprochen, wird Streaming immer entscheidender und je nach Genre sollten Musiker definitiv einen Großteil ihrer Anstrengungen darauf verwenden. Beobachtest du solche Zahlen? Schreib gerne mal deine Meinung zu diesen Entwicklungen in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und folge mir auf den Social Media Kanälen, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.